Kann man später Bedingungen korrigieren? Nein. Man kann weder Bedingungen stellen, sagt, ich habe mir überlegt, ich will noch das und das und das. Ich wollte nicht 5.000, 10.000, es klingt viel besser von Mahar. Nein. Wenn das einmal gemacht wurde, man darf nicht mehr nachträglich den Ehevertrag ändern. Wenn jetzt die Schwester sagt, ich verzichte auf mein Recht, das ist ihr gutes Recht. Das wird dann nicht mehr festgehalten. Muss nicht mehr. Das ist ihr Recht, sagt, ich verzichte auf mein Recht. Ja.